Baddha-Kukutasana, die Stellung des verschränkten Hahnes, ist Kukutasana-Grundstellung. Komme in den Lotus und dann winde die Unterarme zwischen Unterschenkel und Oberschenkel hindurch. Du kannst dann die Hände auf den Boden geben und das Becken heben und die Beine etwas hochziehen. So bist du in Baddha-Kukutasana, der gebundene Hahn, der Hahn im Lotus oder auch die verschränkte Hahnenstellung. Diese Stellung entwickelt die Kraft der Arme und der Bauchmuskeln und ist auch eine Übung für Gleichgewicht.